Die Dramaturgin und Kuratorin Adolf Binder übernimmt ab Sommer 2023 die künstlerische Leitung des Balletts am Theater Basel. Zunächst für zwei Spielzeiten. Als Intendantin, Kuratorin und Programmdirektorin war Binder zuletzt für das Tanztheater Wopertal Pina Bausch und die Tanzsparte der Göteburger Oper verantwortlich. Binders kuratorischer Ansatz fokussiert sich auf die Konzeption und Entwicklung hybrider künstlerischer Tanzprojekte. Sie verbindet in ihrer Arbeit zeitgenössischen Tanz mit anderen Theater- und Kunstformen. In den zwei Jahren am Theater Basel ist es ihr Ziel, eine möglichst große Bandbreite zu präsentieren und den Horizont dafür zu öffnen, was im Tanz möglich ist. Bei dieser Aufgabe unterstützt sie der deutsch-amerikanische Tanzkünstler Tilman O'Donnell als Stellvertreter und Company Manager. Das Arbeitsverhältnis mit der Tanzdramaturgin Adolf Binder war vom Tanztheater Wopertal Pina Bausch im Juli 2018 nach nur einem Jahr beendet worden. Nach einem Rechtsstreit gilt die Kündigung aber als unrechtmäßig. Heute tritt das geänderte Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft. Das Gesetz verpflichtet soziale Netzwerke dazu, strafbare Inhalte rasch zu sperren oder zu löschen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll dafür sorgen, dass der Hass im Netz besser bekämpft wird. Internetkonzerne wie Google oder Twitter sollen dem Staat mehr dabei helfen. Marcel Heberlein. Bisher mussten soziale Netzwerke Hasspostings löschen. Jetzt sollen sie sie gleich dem Bundeskriminalamt melden müssen und damit dem Staat beim Ermitteln helfen. Die Schwelle sind schwere Straftaten. Also Beleidigungen zum Beispiel zählen da noch nicht runter. Aber wenn Insta, Facebook und Co. bei sich Hakenkreuzbilder sehen zum Beispiel oder Postings, die Kindesmissbrauch sein könnten oder eine Morddrohung, dann sollen sie Nutzerdaten der Verdächtigen, zum Beispiel die IP-Adresse, gleich an die Behörden melden müssen. Und zwar von sich aus, also nicht erst auf Nachfrage. Das Verb boostern ist zum Anglizismus des Jahres 2021 gekürt worden. Die Jury um den Sprachwissenschaftler Stefanovic von der Freien Universität Berlin lobte die Schnelligkeit, mit der es eine Lücke im Wortschatz gefüllt habe, und die Leichtigkeit, mit der das Wort im grammatischen System des Deutschen Platz findet. Das Verb boostern bezeichnet im Deutschen das Auffrischen einer Corona-Schutzimpfung. Es unterscheidet sich nach Auffassung der Jury von der Formulierung eine Auffrischungsimpfung erhalten, weil es sich speziell auf Impfungen gegen das Coronavirus bliziehe, in der Pandemie eine knappe und trotzdem eindeutige Kommunikation ermögliche und einen optimistischen und dynamischen Beiklang habe. Die New York Times hat das explosionsartig populär gewordene Worträtselspiel Wordle für einen niedrigen siebenstelligen Betrag gekauft. Wordle werde für neue und bestehende Spielerinnen und Spieler kostenlos sein. Es werde sich auch nichts an der Spielmethode ändern. Das Spiel wurde von einem Software-Ingenieur aus New York kreiert, der ursprünglich nur seiner Partnerin eine Freude bereiten wollte. Innerhalb von wenigen Monaten habe Wordle Millionen von Nutzern gewonnen, berichtet die Times. Bei Wordle muss man ein Wort mit fünf Buchstaben erraten und hat dafür sechs Versuche. Das Online-Phänomen hat inzwischen sogar Ableger, etwa Airportle, bei dem es um das Erraten von Flughafenabkürzungen geht, oder Querdl, ein Rätselspiel für die queere Gemeinde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ... ...